Servus. Heute gibt es mal wieder ein Video. Lex hat heute tiefgestrandet gespielt. Ich bin außerdem Heermann, aber ich war im Stimmbruch. Könnte sein, dass ihr meine Stämme jetzt öfter hört. Aber so wie ich den kleinen Pisser Lex kenne, macht der das sowieso nicht. Naja, egal. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Boah, geil, ey. Jetzt fliegen wir hier erst mal nach Mallorca. Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Ich weiß gar nicht, was passiert. Oh nein. Mayday, Mayday. Solange das mit der Rodex geht, ist alles gut. Ich glaube, das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Oh mein Gott, ich muss raus. Wir sind noch. Yala raus. Ah, da ist ein Rettungsboost. Gib her. Bitte. Ah, verficktes Flugzeug. Unglück. Jetzt haben wir nur noch mich, die Rolex und eine Insel und ein paar Stein. Gute Sounds. Hauptsache, wir haben noch die Rolex. Ah, noch zwei Stöcke. Oh, jetzt geht's auf die Stocksuche. Fucking Krabbe. Au, du Kekko. Wir haben eine Krabbe. Der erste Mord auf der Insel ist also getan. Das ist aber nicht so gut. Wie kriege ich einen Stock? Ah, da liegt ein Stock. Zwei Stöcke? Okay, wir brauchen jetzt erstmal vier Stöcke. Alter, wir brauchen vier Stöcke einfach. Oh yes, wir haben einen Stock. Das Boot gucken wir uns an, wenn wir ein Messer haben. Ich würde auch ganz gerne den Stein mitnehmen. Steine sind immer gut. Ich brauche noch einen Stock. Ich glaube, wir sollten genug Stark haben. Stock. Ich weiß, dass da noch ein Kraut liegt, was ich ganz gerne mitnehmen würde. Genau das. An Loro Vera. Ist das nicht ein Harry Potter Zauberspruch? Üh, was bist du? Hm. Oh, wir können klettern. Nee. Oh ja, wir klettern hier hoch, um die Kokosnuss mitzunehmen. Ich sterben mehr Menschen an einer Kokosnuss als an Haiangriffen. Ist das nicht so? Üh. Bist du für ein Huren? Kennt man das? Ja, wo ist denn mein Loro Vera? Ah, nee, Yuka brauche ich. Yuka! Wo sind die Blätter von der Yuka-Scheiße? Ich glaube, wir brauchen dafür das Steinwerkzeug, oder? Timo, was ist das? Au, Mann, was soll denn das? Nein. Nein, bitte wirklich. Hier war doch gerade so eine Yuka-Palmer. Wo ist denn die hin? Hm? Hier. Ja! Willst du mich verarschen, oder was? Dann leg halt den Krebs weg. Ich muss nicht abkühlen. Willst du mich verarschen, oder was? Ich muss jetzt erstmal Yuka-Blätter finden. Hier, eins. Zwei. Haben wir noch andere Yukas, die hier gefällt mir nicht. Sehr gut. Und jetzt haben wir hier die Yuka-Blätter. Ja. Können wir das jetzt herstellen? Ja! Tauwerk. Tauwerk. Bam. Jetzt können wir das Messer herstellen. Oh, meine Survival-Uhr. Soll man im Spiel nicht tot, wenn man stirbt? Stoff. Stoff. Wir brauchen eine Krabbe. Wir brauchen eine Krabbe. Ich kann auch eine Möwe abstechen. Geht das auch? Du fahrt... Oh. Da ist sie. Wichs. Heute. Errichte ein Lagerfeuer. Ich stelle riesig her. Einfach damit ein Lagerfeuer. Nüsse das Fleisch über dem Feuer und es grillen. Das war gut gelesen. Ich bin davon überzeugt, dass das gut gelesen war. Scheiß auf das Lagerfeuer. Ich will das scheiß Boot rein. Kann ich nicht... Das kommt noch. Wo ist mein Boot? Mach ich dein Lagerfeuer. Bam. Stelle reißig her und dann fahre damit ein Lagerfeuer. Was ist reißig? Dafür brauchen wir Stock. Junge, weil ich... Ich kann gar nicht... Gar nicht reden, weil ich so... So aufgeregt bin. Gleich ist Nacht und dann... Du... Keck. Geh sterben. Nice. Ja, lass mal den Baum auseinandernehmen. Ja, jetzt haben wir neue Stöcke. Geil. Reißig. Okay, los, los. Los, los. Bringen das Fleisch über dem Feuer an. Okay, dann töten wir jetzt... Dann fressen wir jetzt die Krabbe. Das ist die Krabbe. Lasse die Kokosnuss fallen und reinige sie mit einem ausgefeilten Messer. Okay, wir lassen die Kokosnuss fallen. Zack. Dann nehmen wir das Mess. Okay, jetzt nehmen wir das Messer in die Hand. Ah, hier ist die gesäuberte Kokosnuss. Geil, wir haben getrunken. Hol dir vier... Vier Palmwedel. Da richte ich deinen Unterschlupf. Okay, Leute, wir machen jetzt das jetzt hier in Minecraft-Manier. Wir haben hier eine Palme. Die bauen wir auseinander. Und dann bauen wir uns ein Zelt. Dieser Schatten ist so schön. Es ist wirklich krass. Geh doch auseinander. Was ist mit dir? Wow. Ich will nur die Blätter, mehr nicht. Das ist so spannend, das Video. Aha. Ja, jetzt können wir einen Unterschlupf herstellen, oder? Ne, wir brauchen ja trotzdem noch anderen Stuff. Wir brauchen noch irgendwas im Stock. Wer bist du? Oh, was krass. Ich habe gerade einen Grashalm angegriffen. Das sagt eigentlich genau aus, wie schlau ich einfach bin. Muss ich mein Messer dafür verschwenden, noch einen Baum zu fällen? Ich mag mein Messer. Was brauchen wir jetzt? Ein Tauwerk. Äh. Ich brauche nochmal vier Blätter. Hier liegt eine Krabbe. Oh Mann, ich werde schon wieder müde. Aber wir können alle sehen, dass es eindeutig ist Nacht. Und ich habe ab... Ich muss mir ernsthaft ein neues Messer herstellen. Wir brauchen nochmal vier Blätter. Es ging doch gar nicht mit einer Palme, oder? Ne, das ging nicht mit einer Palme. Mit so einer besonderen Scheiße. Hier, sowas. Ne, das ist eine junge Palme. Das ist einfach nur eine stinknormale Palme. Meine Fresse, was ist mit mir? Wir brauchen so eine special Palme. Kein Baum, keine Palme, sondern eine Alloro Vera Yucca Palme. Genau das können. Jetzt können wir ein Tauwerk herstellen. Und ein neues Messer herstellen. Jetzt suchen wir noch eine neue Alloro Vera Yucca Pflanze, meine ich natürlich. Brauchen wir eine neue Yucca Palme. Jetzt fällt mir das Wort ein. Yucca Palme. Ich kenne das. Äh. Ich bin so müde. Ich kriege langsam Durst. Ich kriege Durst. Ich brauche faserige Blätter. Ich bin dann mal weg und wechsle die Insel. Da hinten ist eine andere Insel. Dann ja, dann lassen wir da hin. Gut, dann nehmen wir unser Paddel raus. Ähm. Das funktioniert nicht. Wir müssen einfach schwimmen. Gut, dann schwimmen. Hallo. Da war ein Ebo. Wenn da jetzt nicht so eine scheiß Palme ist, dann dreh ich durch. Sieht aus, als würden da zwei Leute stehen. Und es macht mir wirklich Angst. Ich komme in Frieden. Ich bin ein lieber Mensch. Ich hab drei Krabben getötet. Aber, glaub mir, es war nicht böse gemeint. Sie haben angefangen. Außer, gut, die eine hat nicht angefangen. Bei der war ich es, der angefangen hat. Aber bei dem Rest war es Verteidigung. Ich war mir gerade eben sicher, dass hier zwei Menschen stehen und dass das eine Burg ist. Ich bin nass. Ich bin ready. Ich brauche eine Yucca Palme. Wenn es die Scheiße jetzt hier nicht gibt, wirklich. Ich dachte gerade, ich höre einen Flüssen. Ich will nicht mehr. Geh weg. Renn, Mann. Renn, Alter. Aber es war eine ganz, ganz schlechte Idee, auf diese verfickte hässliche Scheißinsel zu kommen. Ich hätte einfach im Sand schlafen können. Okay, sorry. Ich wollte nicht auf eurer hässlichen Insel. Ich bleibe hier sowieso nicht lang, Mann. Ein Wildschwein. Ich hau ab, Mann. Bei Tag fühle ich mich hier fast wohler. Hier, guck. 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 Riesen-fett-Scheiß-Krabbe. Hier ist dein Bruder. Tot. Und ich nehme den mit. Und dann prate ich mir den, wenn ich wieder zu Hause bin. Hörst du das, du kleine Stück Scheiße? Du Stück Scheiße, Mann. Ich wechsle die Insel, ne? Sind wir bei da? Ich gucke gerade nicht aufs Gameplay, um ehrlich zu sein. Ich habe gerade noch den Stick nach vorne gedrückt und gucke bei Google. Ihr Dingsbums, ob irgendwas Geiles an News da ist. Michael Wendler, sein bekanntester Song ist geklaut. Um welchen Song geht's? Ich finde Michael Wendler nicht so toll, aber er mag seine Musik. Super, ich kann mit seiner Musik nicht viel anfangen. Ich wollte gerade die Michael Wendler-Umfrage machen. Was war das? Oh ja, ich finde vier.